Bist du schon sicher, dass wir richtig sind, Lisa? Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Willkommen zurück bei den Pathfinder in Tirol, das ist die Lisa, ich bin der Heiko und heute mit einem neuen Video und zwar werden wir heute das Szenario durchspielen, verlaufen im Wald. Und zwar, wir haben ja keinen blassen Schimmer, ich meine schon theoretisch, aber wir wollten unbedingt einmal ausprobieren, wie es ist, ohne Schlafsack, ohne Tarp, nur mit dem im Wald durchzukommen, mit dem, was wir dabei haben, was wir auch auf einer normalen Wanderung mit haben. Das heißt, sprich das, was im Rucksack rein ist, was man auch bei einer normalen Wanderung mit hat. Ja, mit dem die Nacht überstehen, es ist heute sommerlich, es soll aber heute Abend vielleicht noch ein wenig regnen, Gewitter ist auch gemeldet, wir lassen uns überraschen, aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie es läuft und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, dann bleibt dabei. Ansonsten schaltet es jetzt ab und... Ja, das Erste, nachdem wir uns da verlaufen haben, ist, wir machen jetzt auf alle Fälle mal einen Check, was haben wir dabei, bevor die Nacht da reinbricht und kontrollieren dann mal alles, was wir so mithaben, was auch auf der normalen Bergwanderung oder auf der normalen Tagestour alles dabei ist. Alisa hat auch mal viel eingepackt, wobei man sagen muss, die Lampen haben wir natürlich jetzt extra eingepackt, die haben wir natürlich nicht immer dabei, weil wir müssen ja irgendwie filmen in der Nacht und haben uns gesagt, wir werden jetzt ein paar Gadgets mitnehmen, damit wir Licht haben in der Nacht, natürlich eine Stirnlampe, am Berg immer mit am Mann, genau wie Erste-Hilfe-Packung, Essen, Regenschutz, ein Pullover, einen leichten, dünnen und eventuell ein Funktionsleibel und natürlich ein Buffen, das auch immer mit sein, natürlich immer genug Wasser und eventuell eine Sitzmatte. Also das ist einmal das Ausschlaggebens bei einer Wanderung. Ich werde nachher auch mein Loadout auch noch rauspacken und ja, das ist einmal Lisa. Ich bin aufgeregt, ich habe nicht mehr dabei, heute wird genau mit dem... Überlebt. Überlebt. Gut. Ja, kommen wir zu meinem Loadout, das von der Lisa haben wir jetzt gerade gesehen. Ich habe hier einen ganz normalen D-Pack mit, da habe ich das Kameraequipment mit und Ersatzakkus und sowas. Ja, ich würde sagen, nachdem wir uns jetzt noch verlaufen haben, Säckenschutz habe ich immer mit, Auto, Schlüssel, Geldtasche für den Notfall. Da haben wir natürlich hinterher ein kleines Gadget mit, vom Rainer Rossmann. Das kann man in den Hals hängen, das heißt, ich habe das Taschenmesser ab jetzt immer am Mann. Nachher hätte ich mit ein bisschen Paracord, einen Göffel, ein Thermometer, ist auch immer mit im Rucksack. Natürlich eine Trinkschale. Okay. Jausenbox mit ein paar Würsteln und Brot, eine kleine Cola, ein Ersatz T-Shirt, wenn man nass geschwitzt ist am Berg, ein Funktionsshirt, anderthalb Liter Wasser, Erste-Hilfe-Kasten, beziehungsweise kleine Sachen, was Maler, weiß nicht mehr mit, da kommen wir vielleicht später drauf. Da ist rein, Notverpflegung und, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, ja genau, Hautcreme meine ich, ist rein und Sonnenschutzcreme und, ja, was können wir später anschauen genauer. Dann haben wir da noch dreien. Handschuhe immer mit am Mann, gerade am Bergkappen ist immer wichtig, wegen Wettersturz oder wenn man sich oben mal am Berg oben, wegen Wind, am Buf ist auch immer mit und natürlich ein Regen-Poncho. Ja und das war ja, glaube ich, eh schon alles. Schauen wir mal, ob vorne auch noch was rein ist, weil ich bin mir Silber nicht sicher, weil wie gesagt, das war jetzt spontan. Ja gut, ein Gimbal für das Handy zum Filmen. Ja und das war es, glaube ich, eh schon. Ja, das war es schon. Mehr habe ich nicht. Gut. Ja, nachdem wir uns da mal ein Bild der Lage gemacht haben und mir da unser Loser mal angeschaut haben, um zu scheren, was alle überhaupt alles mithaben, haben wir uns dazu entschlossen, wir werden uns jetzt da irgendwo ein Camp aufbauen, beziehungsweise ein Lager aufbauen für die Nacht. Wie ganz genau? Ich habe schon was im Kopf und ich hoffe, das funktioniert auch und ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen und das ist ja, darum sind wir ja da, um ein bisschen zu probieren. Ja, wir haben uns jetzt überlegt, dadurch, dass da so viel Totholz liegt und so viele Latten, wir werden jetzt die ganzen Hölzer mal alle auf eine Seite schmeißen, sodass wir mal einen Überblick haben und den Platz da freiräumen und dann werden wir da unser Camp für die Nacht errichten. Wie? Das haben wir auch schon ungefähr. Da haben wir auch schon eine Idee. Ja, aber ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen. Ja, wir haben uns jetzt für so eine Konstruktion entschieden. Das wird es werden. Das werde ich jetzt gleich noch ein bisschen mit dem Paracord, den habt ihr natürlich auch mit dem Rucksack, zu festigen. Ja, und dann werden wir weiterschauen. So, dann machen wir mal eine kleine Schlaufe ein. Wie würde ich sagen, dann machen wir mal einen gescheiten Knoten ein. Weil wir haben ja die Kameras mit zum Filmen. Da können wir dann hinter die... Ja, locker mal, ha. So. Da lassen wir mal eine kleine Schlaufe. Wie gesagt, da können wir hinter was dranhängen da, zum Ausleuchten. So. Ich würde sagen, das Grundgröße steht da mal. Als nächstes Schritt werden wir natürlich mit den ganzen Stücken, was wir da haben, links und rechts alles verkleiden. Und das wird dann heute unsere Survival-mäßige Unterkunft. Ja, jetzt ist natürlich wieder gut. Das ist irgendwie mit der Halskette. Die Handfeinhalterung. Gerade genau für solche Sachen. Zack. Kurz was Arbeiten. Wieder einstecken. Taschenmesser raus. Jetzt kann ich hinter die Querstreben gleich abschneiden. Und... Ja, super. Da brechen wir uns die Füße an. Ja, jetzt haben wir einen Survival-Shelter gebaut. Jetzt haben wir draufgekommen, dass er nur für eine Person reicht. Den werden wir natürlich auf den Seiten natürlich noch verkleiden mit gewissem Material. Das könnt ihr nachher sehen. Aber ich werde... Ich habe noch einen Biwaksack mit, den man natürlich immer am Berg mithaben sollte. Und da habe ich mir gedacht, ich habe auf dem Kanal Survival Deutschland gesehen, der hat mit dem Stock die Erde aufgeraut und daraus einen Untergrund gemacht, wo die Erde schön locker ist, wo sie dann hinterher die Luft sammelt zwischen Körper und Boden. Was die Körperwärme ein bisschen hält. Und ich würde sagen, das probieren wir einfach. Ja, das wäre jetzt dann hinterher... Ah, die Welle fühlt sich schon wohl. Jetzt haben wir überlegt, die Lisa wird sich auf die Regenjacke drauflegen. Und wir haben anstatt der Kälteschutz-Rettungs-Decke einen Rettungsponcho mit. Aber den könnt ihr anziehen, wenn es in der Nacht richtig kalt wird. Ja. Oder? Ja. Jetzt machen wir das ein bisschen... Dichter? Jetzt machen wir das ein bisschen dichter. Ja, und dann schauen wir weiter. Und schauen wir weiter. Ja. Da wir da ein Taschenmesser haben. Das Hansmann, Schweizer Offiziersmesser. Da werde ich mir jetzt damit einen Grabstock zurechtsägen, indem ich dann den Boden ein wenig aufrauen kann. Schwere Geburt. Aber da sieht man mal, wenn nichts hergerichtet ist und wenn man kein Werkzeug hat, gell? Nur, dass er so einen Blick mit hat, schaut sich das ganz anders aus. Vor allem, es wird langsam dunkel. Ja, wie vorhin schon erwähnt, ist das Shelter nur für die Lisa, weil für zwei Leute ist es zu klein. Aber wie gesagt, wir haben auf dem Kanal von Stefan beim Survival Deutschland gesehen. Jetzt habe ich mir ein Grabstock gemacht und werde mal die ganze Erse aufrauen. In dem Fall schon, Stefan, Dankeschön fürs Zeigen. Wir werden es heute ausprobieren und nachmachen. Und ich hoffe, es bringt auch was. Zeig dir, wenn es fertig ist. Ja. Auf der Länge habe ich jetzt den Boden aufgeraut. Ich bin am Grabstücken. Die Lisa sammelt noch kräftig Moos. Ja, aber so ein Survival-Shelter. Der soll ja nicht nur dicht sein und Wärme bringen, sondern gerade im Wald, als Sicherheitsgefühl denke ich, dass der viel, viel besser reingeht. Das glaube ich auch. Ich probiere es jetzt noch ein bisschen. Dicht kriegen du ihn sowieso nicht, aber er schaut sehr gemütlich. Na, wenn wir den jetzt dichter, dann müssten wir überall die Äste abschneiden. Das tun wir jetzt nicht bei den gesunken Bäumen dafür. Aber wir wissen ja, normalerweise versucht man es abdecken mit Reisig und mit den Tannenzweigen. Und das wissen wir ja. Aber eben, wir wollen ja keinen Schaden machen. Wir decken es absolut gut. Es geht. Weil wie gesagt, das Sicherheitsgefühl alleine in so einer Situation ist schon vorteilhaft. Wir werden deswegen hinterher auch ein kleines Lager voll machen. Nur ein kleines. Wir sind zwar auf Privatgrund und wir dürfen das. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ja. Nichtsdestotrotz, räumen wir zum Platz. Genau. Hey, also, ja. Mein Schelter ist löchrig wie ein Käse. Das gebe ich zu, ja. Aber er ist groß genug für mich und für die Bella. Ich habe da jetzt schon einiges mit Moos abgedeckt. Aber natürlich viel zu wenig. Der ist natürlich nicht dicht. Aber er bietet mir wenigstens so ein bisschen Schutz. Und das ist mir relativ wichtig. Einfach für die Psyche. Und dadurch, dass wir natürlich Schwammelsaison haben und genug Blaubeeren haben, wollte ich jetzt nicht da den ganzen Wald umgraben. Weil das schaut dann nämlich so aus. Und wie man sieht, da überall, das sind natürlich Pilze, kein Schimmel. Nicht falsch. Da sind die Blaubeeren dran normalerweise. Und ich finde das ein bisschen schwierig, denen jetzt für sowas einen Lebensraum zu nehmen. Schau, Feuerstelle war fertig. So. Der Papa hat die Feuerstelle mit seinem coolen Grabstock ausgegraben. Ja, weil der Waldboden ist ja nicht gerade dick. Wir seien gleich auf Stein. Weil das hinterher wahrscheinlich ehemaliges Schuttfeld ist, schätze ich einmal, vor mehr tausend Jahren oder sowas. Da haben wir dann hinterher die Schlafstelle. Dank an Stefan für den Hinweis an Survival Deutschland. Da haben wir dann hinterher die Feuerstelle. Da haben wir den Schelter. Jetzt gehen wir noch Feuerholz sammeln. Und ich denke, tun wir uns vorbereiten für die Nacht. Und ich glaube, das schaut dann ganz gut aus. Weil wir werden jetzt auch nicht großartig da noch um und um bauen. Weil das ist ja kein Buschkraftvideo. Wir wollen nur die Nacht überleben. Und das mit möglichst geringen Mitteln. Jetzt sind wir mal soweit fertig. Wir bereiten uns jetzt da vor, die Nacht zu überstehen. Schauen wir, ob das was wird. Ich werde dann hinterher die Rettungsdecke drauflegen. Beziehungsweise habe ich noch einen Rettungsdecken-Biwaksack. Mit dem werde ich mich dann hinterher zudecken. Versuchen, die Nacht im Freien zu verbringen. Die Lisa wird versuchen, die Nacht im Schelter zu verbringen. Sie wird sich das so gemütlich machen, wie es nur geht. Sie hat eh noch eine erwärmende Schicht mit. Es wird ziemlich spärlich da rein, gell? Es wird sehr hart. Ja, aber das ist hinterher wieder nichts gestellt. Nein! Sondern real. Zwar nicht real verlaufen, aber wir haben nur das gebraucht, was wir mit haben. Das macht das ganze Jahr dann so spannend. Jetzt haben wir einen Pilz gefunden. Und das könnte man in die Kommentare reinschreiben. Ich sage, das ist ein Eierschwammel. Auf Österreich weiß ich gar nicht, wie das heißt auf Deutsch. Aber dadurch, dass es einen weißen Kern hat und braun ist, dann weiß ich. Das könnte man in die Kommentare reinschreiben und sagen, was das für ein Pilz ist. Ja, jetzt nachdem wir mit dem Campaufbau fertig sind und wir einfach nur mehr warten müssen, bis die Nacht hereinbricht, da haben wir gerade mal überlegt, was man so machen könnte. Weil das ist ja eine mentale Geschichte auch, wenn man sich heute, keine Ahnung, verlaufen hat. Man ist alleine im Wald. Und ja, ich glaube, Beschäftigung ist alles. Ohne Beschäftigung funktioniert das Ganze nicht, weil du musst dich irgendwie ablenken. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt aus meinem Grabstock, was ich gerade gemacht habe, aus meinem Grabstock werde ich jetzt einen Kochlöffel machen oder einen normalen Suppenlöffel. Und ich werde euch hinterher das Resultat zeigen, ob es gelungen ist oder nicht. So, jetzt habe ich eine Stunde geschnitzt. Jetzt tut mir der Daumen weh, beim Schnitzen. Und ja, kann man ja später weiter daran arbeiten. Aber jetzt mag ich ja mal nicht mehr. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir irgendwie, jetzt bricht langsam die Dunkelheit rein. Jetzt wird es dann langsam mal dunkel werden. Und ja, oh, Lisa ist schon müde. Dann werden wir eh, werden wir schon früh schlafen gehen. Ich bin auch schon müde. Ja, schau, vielleicht ja schlafen was ja überhaupt. Wie gesagt, ich werde mir nachher den Biwaksack rausholen. Den Rettungsdecken-Biwaksack. Und mal schau, wie man da rein überhaupt schläft. Also das ist ja nicht wie ein normaler Schlafsack, sondern das ist ja nur einfach, um den Körper warm zu halten. Aber schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, die Lisa versucht jetzt das Feuer anzuzünden. Sie versucht mit Pappe und Watte. Und ein Pampon. Ja, aber der Opa hat das, der Papa hat das Geheime. Lass es, lass es, lass es, lass es, Papa, bitte. Ja, da hauen wir jetzt noch ein Ding rein, schauen wir gleich, wie das brennt. Pass auf. So, jetzt ist er, schau. Schau, siehst du das? Mhm. Naja, wie ein Fackel. Harz wirkt wahre Wunder. Harz und herzlich. Harz und herzlich, ja. Jetzt kann man dann langsam noch ein anderes Holz drauflegen. Ganz langsam, nicht dass es wieder ausgeht. Ja. Wie ist das? Einfach nur Baumharz sammeln. Cool. Brennt schon anders, oder? Ja. Nicht verzagen, Papa fragen. Ja, da haben wir jetzt mein Bett. Vorläufig. Ich werde dann später noch die Rettungsdecke rausholen. Den Rettungsbiwak-Sack. Und hoffe, dass auch unten die Erde, was wir vorher aufgekratzt haben, ein bisschen Luftpolster gibt und warmen. Ja, Lagerfeuer haben wir auch. Es ist jetzt 20.10 Uhr. Ich würde sagen, ich würde sagen, machen wir mal alle zwei Stunden oder mal so ein Update. Schauen wir mal, wach werden oder überhaupt schlafen. Und es wird doch reichlich frisch werden heute Nacht. Und ja, wir halten euch auf dem Laufsinn. Wir haben mal ein kurzes Update. Das Lagerfeuer haben wir jetzt ausgemacht. Und zwar, weil es letzten Tage geregnet hat. Das Holz ist alles so dermaßen feucht, dass wir uns in dem kleinen Abstand von der Lisa zu mir hat es nur mehr geraucht. Und ja, da haben wir uns beschlossen, das Feuer auszumachen und ja, die Nacht so zu überstehen. Gell? Ja. Schau, wie wir schlafen. Ja, 21 Uhr. Machen wir das erste Update. Ja, ich weiß nicht. Mich sieht man, glaube ich, schon gar nicht mehr. Mich schon, ich bin heller leuchtet. Ja, die Lisa sieht man noch. Die hat ja eben extra die LED-Lampen mitgenommen. Ich werde meine nachher einschalten. Ja, jetzt hocken wir da und warten, bis die Zeit umgeht. Mehr können wir jetzt auch gar nicht mehr machen. Einfach versuchen, die Nacht zu überstehen. Stockfinster im Wald. Wie gesagt, wir haben so ganz kleine Lichter mit. Aber ja, 21 Uhr. Ich würde sagen, alle paar Stunden mal ein Update machen. Okay, jetzt fängt es gerade an, Gewittern. Es soll gleich Starkregen geben. Violette Zone sind wir. Und? Wir wissen noch nicht, was wir tun. Ob wir abbrechen oder ob wir dann hinterher, weil Gewitter im Wald, in den Bergen, ist nicht gerade sehr lustig. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ja, kurzes Update. Wir sind jetzt da in unser Lager gegangen. Weil es soll gleich anfangen, richtig gewittern und donnern. Und anfangen regnen. Jetzt fährt noch mal der kurze Zenitz. Alter, das war ein Riesenblitz gerade. Entschuldigung. Ja. Wir sind in einem neuen Wald eben. Es kommt Gewitter. Und wir werden dann vermutlich... Wir werden vermutlich abbrechen. Kann sein. Ich brauche es noch nicht. Ja, wie gesagt, Waldgewitter ist gefährlich. Was ja. Schauen wir mal. Warten wir noch ein bisschen ab. Verloren ist noch nichts. Ansonsten müssen wir leider unsere coole Aktion abbrechen und ein andermal wiederholen. Ja, okay. Wir haben beschlossen abzubrechen. Wir werden jetzt zurück zum Auto gehen. Das hat keinen Sinn. Weil das fängt jetzt richtig an, Gewittern und Regnen. So, mal zu, dass wir irgendwie den Weg finden. Ja. Okay. Jetzt regt es volle Breitzeiten. Ah, Gewitter. Donau und Blitz. Ja, wir haben uns jetzt Lust anzubrechen. Wir gehen jetzt retour zum Auto. Und ja, Leute. Spannend wie immer. Bis zum nächsten Mal. Eure Pathfinder Tirol. Und es regnet. Und es regnet. Das muss man diesmal abbrechen. Das nutzt nichts.